Hey Leute, willkommen zurück. Die heutige Liste ist voller außergewöhnlicher Gadgets. Ein paar davon werden dein Weltbilder leuchten, andere werden deine Gaming-Fähigkeiten verbessern. Und all das mit cooler Musik. Bleibe bis zum Ende dran, hier drinnen ist eine Menge Licht. Diejenigen, die sich das Video bis zum Ende anschauen, können an unserem Gewinnspiel teilnehmen und eines der Gadgets aus diesem Video gewinnen. Um teilnehmen zu können, müsst ihr alle UFAC-Logos in diesem Video finden und in einem Kommentar die Uhrzeit angeben, wann jedes von diesen Logos angezeigt wurde. Ihr könnt ein Beispiel dafür auf dem Bildschirm sehen. Andere Teilnahmebedingungen kannst du am Ende des Videos sehen. Lasst uns mal loslegen. Es ist ziemlich normal, dass du deine Geräte auflädst. Aber was ist mit deinen Schuhen? Richtig gehört, lerne die Glasfaser-LED-Schuhe kennen. Der obere Teil besteht aus neuartigem Glasfasermaterial, was leicht und weich ist und in sieben verschiedenen Farben leuchtet. Vergiss bloß nicht die Sneaker vorher für 2-3 Stunden aufzuladen. Der Knopf in der Schlaufe an der Ferse macht es möglich. Das Licht ganz einfach an- und auszuschalten. Keine Sorge, es wird keine Auswirkungen auf deinen Tragekomfort haben. Eine rutschfeste und belastbare EVA Außensohle liefert deinen Füßen eine gute Polsterung beim Laufen. Diese Sneaker werden deine Füße beleuchten und alle Blicke auf dich ziehen. Pass perfekt zum letzten Gadget. Diese Maske leuchtet Schritt für Schritt auf, wenn sie entweder Musik oder irgendeine Stimme hört. Denn sie hat einen einstellbaren Klangsensibilitätsschalter. Die LED-Leuchtflächen werden mit zwei AAA-Batterien betrieben. Alles was du tun musst ist, den Klettverschluss zu verschließen, den Knopf zu drücken und die eifersüchtigen Gesichter der Leute auf der Party zu genießen. Sie werden ihre Augen nicht von dir lassen können. Dieses Ladegerät ist ein echter Kraftprotz, trotz der super kompakten Größe. Er ist der erste Adapter dieser Größe, der 200 Watt kompatibel ist. Er erlaubt es dir, schnell bis zu vier Geräte gleichzeitig aufzuladen, einschließlich Tablets und Laptops. Mit diesem Ding kannst du tatsächlich zwei MacBook Pros gleichzeitig mit voller Geschwindigkeit aufladen. Es gibt zwei USB-C und zwei USB-A Anschlüsse, die für die meisten Geräte auf dem Markt geeignet sind. Darüber hinaus beinhaltet die Packung einen Haufen Reiseadapter für weltweite Vernetzung. Wenn du etwas brauchst, das sogar noch tragbarer ist, kannst du dir eine von zwei noch kleinere Versionen aussuchen. Aber du musst etwas Leistung opfern. Die mittlere Option ist auf 100 Watt und drei USB-Anschlüsse begrenzt. Und die kleinste hat nur zwei Anschlüsse und eine maximale Leistung von 65 Watt zu bieten. Wähle deinen Kämpfer. Weinliebhaber brauchen eine gute Ausstattung, um ihr Lieblingsgetränke vollends zu genießen. Du musst bei jeder Flasche auf die Temperatur und die Art der Aufbewahrung achten. Dieses italienische Gadget erledigt das für dich. Es nutzt Smartbags, um Wein für bis zu sechs Monate nach dem Öffnen aufzubewahren. Du kannst also mehrere Flaschen öffnen und ein Glas von jeder Sorte genießen, wann immer du willst. Außerdem erlaubt es dir, manuell die bevorzugte Temperatur für jeden Wein einzustellen oder den professionelleren Empfehlungen in der App zu folgen. Du kannst die Temperatur sogar unterwegs einstellen, sodass der Wein bereit ist, wenn du nach Hause kommst. Das Gadget ist mit Alexa, Google Assistant und Siri kompatibel. Das ist die intelligente Art des Trinkens. Magst du die Idee, Flaschen in Lampen zu verwandeln? Dieses Accessoire wurde für diesen Zweck entworfen. Das LED-Licht passt in die meisten Flaschen und kann über USB aufgeladen werden. Du brauchst keine Batterien. Es ist eine gute Alternative zu Kerzen, da es keine Brandgefahr darstellt. Es gibt keine bessere Art, deine Gartenterrasse an einem warmen Sommerabend oder den Küchentisch für ein romantisches Abendessen zu erhellen. Wenn du nach einem kabellosen Ladegerät für dein Smartphone suchst, dann ist hier eine großartige Option. Das Wichtigste, es ist echt schnell dank der Dual-Ladespulen. Die Wirkfläche ist ziemlich groß, du musst also nicht erst nach der richtigen Position suchen. Außerdem kannst du dein Handy sowohl senkrecht als auch waagerecht platzieren. Das bedeutet, du kannst Multimedia-Inhalte beim Laden genießen. Und wo wir gerade davon sprechen, dieses Ladegerät hat einen eingebauten Bluetooth-Lautsprecher. Er verwendet das neueste Bluetooth 5.0 für eine schnelle und ungestörte Verbindung. Der eingebaute NFC-Chip erlaubt es dir, den Lautsprecher zu aktivieren, wenn du das Smartphone auf der Halterung platzierst. Jetzt musst du dich nicht mehr zwischen YouTube und der Akkulaufzeit entscheiden. Manche Leute nehmen auf Partys ihre Brille ab und andere haben diese hier. Also, das ist die futuristischste LED-Brille und sie lässt sich einfach und unterhaltsam benutzen. Sie verbindet sich über Bluetooth mit deinem Smartphone, um alle möglichen Anpassungen zu erlauben. In der mobilen App kannst du Animationen, Bilder, Texte und sogar Do-It-Yourself-Graffitis zum Pralen auswählen. Der große Bildschirm besteht aus 432 LED-Einheiten. Außerdem funktioniert diese Brille nach dem Aufladen bis zu 8 Stunden lang und glücklicherweise ist das Plastikgestell sehr leicht. Außer Packung bekommst du außerdem ein USB-Ladekabel und einen Tragebeutel. Ich glaube, das ist der einfachste Weg, um an einem überfüllten Ort aufzufallen. Oder du lenkst die Aufmerksamkeit auf dich, indem du diesen riesigen farbigen Lautsprecher mitbringst. Genauer gesagt sind dort drinnen drei Lautsprecher, die einen beeindruckenden Stereoklang und einen tiefen Bass liefern. Neben Bluetooth erhältst du auch noch einen Haufen Input-Optionen, darunter USB und AUX. Darüber hinaus gibt es einen Mikrofonanschluss, sodass du diesen Lautsprecher in eine tragbare Karaoke-Anlage verwandeln kannst. Es sollte wirklich Spaß machen mit den fünf vorinstallierten Soundeffekten für Jazz, Rock und andere Genres. Die eingebauten LED-Lichter statten deine Musik mit einer farbenfrohen Atmosphäre aus. Dank der großen 4000 mAh-Batterie hält dieses Ding nach dem Aufladen 10 Stunden. Du kannst ihn mit den Griffen oder den abnehmbaren Schultergurt tragen. Eine laute Party ist garantiert. Jeder, der sich mit VR beschäftigt, kennt Oculus. Diese Firma steht jetzt schon seit Jahren an der Spitze des VR-Gamings. Ihr neuestes Headset namens Quest 2 ist wirklich beeindruckend. Du kannst es jetzt endlich ohne einen PC oder eine Konsole einrichten. Du brauchst die mitgelieferten Controller und eine mobile App, um dich einzuloggen. Im Vergleich zur ersten Version hat sich die Pixeldichte verdoppelt, was heißt, dass der Bildschirm wirklich beeindruckend sein muss. Und die eingebauten Lautsprecher liefen einen kinematischen 3D-Klang für Live-Konzerte, Filme und Spiele. Übrigens, das Headset unterstützt bereits einen ganzen Haufen bekannter Titel und die Liste wächst weiter. In X-Seil Zukunft könnte das Quest 2 auch ein großartiges Produktivitätswerkzeug werden. Mit der neuen experimentellen Benutzeroberfläche namens Infinite Office wirst du wie nie zuvor zu Hause arbeiten können. Sogar 10 zusammengestellte Monitore werden dir nicht diese noch nie dagewesene einnehmende Erfahrung liefern. Das Update soll diesen Winter veröffentlicht werden. Da mobile Spieler immer ausgeklügelter werden, brauchen sie angemessene Accessoires. Sieh dir diese innovativen mobilen Controller an. Zuallererst hat er eine verstellbare Halterung für verschiedene Bildschirmgrößen von 4,7 Zoll bis 6,5 Zoll. Er ist sowohl mit iOS als auch mit Android-Geräten kompatibel. Die rutschfeste und weiche Unterlage verhindert, dass dein Handy verrutscht oder zerkratzt. Jetzt kommen die wichtigsten Funktionen. Dieser Controller hat einen kühler Lüfter, um mit Überhitzung klar zu kommen. Genau wie in PCs. Außerdem gibt es eine eingebaute 4000 mAh Powerbank, sodass du dein Handy beim Spielen aufladen kannst. Dieses Ding ist ein Muss für mobile Gamer und ein Problem für Lehrer. Von diesem Ding hat jeder Mann als Kind geträumt. Naja, es ist nie zu spät. Diese Steinschleuder gibt dir eine Kraft, die du mit den Selbstgemachten nie hattest. Sie ist unglaublich stabil, dank der hochwertigen Materialien. Der ergonomische Holzgriff liefert einen sicheren und bequemen Halt. Wie du siehst, ist die Steinschleuder super einfach zusammenzubauen. Die Packung enthält aus dem zwei belastbare Gummibänder und 100 magnetische Kugeln für Schießspiele. Aber mit den Pro-Versionen kannst du sogar noch weiter gehen. Sie besitzen einen Laserpointer und kommen in mehreren verschiedenen Farben. Du erhältst eine erstaunliche Schießgenauigkeit. Abgesehen von den Kugeln kannst du auch Steine oder Paintballs schießen. Definitiv ein Muss für junge Väter. Es ist Zeit, deine Handwerkskünste zu verbessern und etwas wirklich herausragendes zu erschaffen. Das Ergebnis ist die Mühe wert. Du bekommst eine coole Regenbogenuhr für deinen Schreibtisch. Zwei Knöpfe auf der Rückseite werden dir helfen, die Zeit, die Temperatur und den Wochentag einzustellen. Außerdem kannst du eine von 13 Farben und mehrere Farbeffekte und Animationen wählen. Der eingebaute Fotowiderstand erlaubt ist der Uhr, die Helligkeit je nach Umgebungslicht anzupassen. Du kannst das Display mit Sprachbefehlen oder indem du einfach die Oberfläche berührst aktivieren. Dank dem eingebauten Buzzer gibt es auch eine Countdown-Funktion. Und natürlich kannst du dir auch einen Wecker stellen. Das USB-Ladekabel ist in der Lieferung enthalten. Obwohl es Do-It-Yourself ist, bekommst du also ein ziemlich leistungsstarkes Gerät. Und hier ist ein super kreatives Fidget-Spinner-Design. Es imitiert die Form einer Revolvertrommel und erinnert an den wilden Westen. Du kannst ihn sogar mit Patronen laden. Naja, so ähnlich. Der Spinner besteht aus Edelstahl und sollte sich sehr gut in deiner Hand anfühlen. Außerdem kommt er mit einer coolen Lederhülle für einen praktischen Transport. Sieht aus, als wären Fidget-Spinner noch nicht ganz aus dem Trend. Da du dir dieses Video bis zum Ende angesehen hast, willst du bestimmt an unserem Gewinnspiel teilnehmen und einen Mobile-Spiele-Controller gewinnen. Dann abonniere den Kanal, gib einen Daumen nach oben und schreib einen Kommentar, in dem du die Uhrzeit aller Pop-Up YouFact Logos angeben musst. Darüber haben wir am Anfang des Videos gesprochen. Wenn du die nicht gefunden hast, schau dir das Video nochmal an. Wenn dieses Video 1000 Likes bekommt, werden wir den Gewinner im nächsten Video bekannt geben. Und vergiss nicht, den Zugang zu deinen Abos zu geben. Wie man das macht, findest du in der Beschreibung unter dem Video. Viel Glück! Wie man das macht, findest du in der Beschreibung unter dem Video.